Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal ein Handy-Game namens Primitive Brothers. Ihr könnt es gerne downloaden, also ich spiele es gerade auf dem PC. Das gibt es auf Handy, auf dem PC gibt es auch, aber dafür braucht man eine bestimmte App. Ich benutze bei LD Player und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Game. Was ist unser Benutzername? Von dem Projekt werden wahrscheinlich mehrere Folgen kommen und let's go. Papa, vergiss nicht, uns ein paar Spielsachen mitzubringen, wenn du zurückkommst. Ah ja, okay. Ich werde dieses Mal eine Beförderung und eine Gehaltserhöhung bekommen. Ich liebe dich, mein Schatz. Okay. Geschäftsreise, ne? Ich bin auf dem Weg zu meiner Geschäftsreise. Aha. Dies ist meine erste Geschäftsreise nach Übersee. Oha, interessant. Ich werde mein Bestes geben. Flugzeugabschlotz. Safe. Ja. Hey, warum hat der eine Perücke? Ja. Okay, okay. Interessant, Leute. Es wird wahrscheinlich dann... Na, warte mal, wo sind eigentlich die Einstellungen? Kann man die Musik hier irgendwo leiser machen? Für mich ist sie auch ein bisschen laut. Also, Leute, es wird safe mehrere Folgen davon geben. Das Spiel geht sehr, sehr lange. Ausrüstung Level 2. Alter. Oh Gott, das sind... Äh, äh, oh Gott, das war eklig. Aber Überlebensexperten sagen, dass Eiweiß lebenswichtig ist. Okay. Äh, was ist hier? Boah, er hält Wut, wenn er angreift. Ah ja. Geil. Das könnte gerade ich sein, wenn mich jemand aufregt. Äh, aha. Noch ein Upgrade. Infos. Okay. Ich vermisse wirklich meine Frau und meine Kinder. Sie müssen sich große Sorgen um mich machen. Ich muss bald nach Hause kommen. Okay. Ja, muss auf jeden Fall, ne? Aber was kann ich denn hier machen? Oh nee, was ist denn das? Äh, im Vergleich zu Tieren sind die Zähne der Menschen zu stumpf. Deshalb begann Bro darüber nachzudenken, Fernkampfwaffen für die Jagd zu benutzen. Er kannte, dass man aus Unkraut Pfeil und Bogen machen kann. Ah, das können wir erforschen. Okay, das Spiel, äh, sieht interessant aus. Oha, er hat Wut. Wir greifen noch kurz an, bis seine Wut weg ist. Okay, das nervt ein bisschen. Lautstärke. Jetzt mal. Hier gibt's ein Chat? Really? Oha. Hä, Leute, hier gibt's aber ein Chat. Äh, wir können zum Boss gehen. Okay. Let's go. Oh, da liegt eine Waffe. Die brauchen wir. Alter, wie stark ist der Boss? Holy shit. Nice, wir haben den Boss. Primitiver Bro, ich hab das Gefühl, dass ich gerade etwas Unglaubliches bekommen habe. Okay. Eine neue Waffe, geil. Ah, ausrüsten. Und wir haben eine neue Waffe. Nice. Okay, wir machen die mal hier alle kaputt. So, Mann. Wir leveln uns kurz ein bisschen hoch. Oh, let's go. Drauf, drauf, drauf. Leute, ich würde die Folgen so, so 15 Minuten meistens machen. Ähm, ja, wir leveln uns mal hoch. Der nächste Boss, ja, okay, let's go. Ja, der ist easy im Gegensatz zum anderen. Let's go. Wir haben ja aber nichts Besonderes bekommen. Das ist ein riesiger Fußabdruck. Ich hab zwar keine Ahnung, wem der Fußabdruck gehört, aber wenn er auf mich tritt, bin ich erledigt. Ja, definitiv, Bro. Mann, das nervt die ganze Zeit, so Klick, ne? Ey, ich glaub, nächste Folge mach ich Autoplicke, aber herrlich. Oha, ein Tier 2. Nice. Und wir haben Rüstungsteil bekommen. Sieht geil aus, oder, Leute? Warum steht da A und nicht 1000? Ja, okay, ein Autoklicker mache ich jetzt nicht drauf, sondern ein Scherz, Leute. Oha, wir sind Stufe 30. Welches Level bräuchten wir für, äh, die nächste Ding? Äh, wo hab ich das nochmal gesehen für den Levelaufschlick? Hier, genau. Level 66, okay. Oha, ich hab Wut. Boah, Leute, sollen wir den Boss versuchen? Warte, ich würd mich erstmal hochleveln und dann versuchen wir mal den Boss. Sorry, falls ich ein bisschen zu leise bin. Hier kann man, man kann hier nicht in die Einstellungen. Das ist nervig. Und let's go. Hä, ja, locker, Alter. Oh, wir haben was bekommen. Wir haben eine Perücke bekommen. Äh, keine Perücke, sondern Köpfe. Bro, warum sind da Raptollen? Muss ich nicht verstehen, oder? Ausrüsten, ne? Oh, geil, wir haben Haare, Leute. Diesmal aber richtige, hoffentlich. Bitte gibt's hier irgendwo Einstellungen. Boah, nee, ich würd gern hier nichts kaufen. Nee, auch kein Bock für Werbung. Ah, ja, hier gibt's Einstellungen. Oh, kann man die Musik nicht einfach leise stellen? Leute, ich guck in dieser Folge, ob die Musik zu laut ist. Und wenn sie zu laut ist, dann lassen wir sie aus. Also, ich lasse sie jetzt aus. Und, äh, wenn sie nicht zu laut ist, dann mach ich die nächste Folge wieder an. So, wir leveln uns weiter hoch. Ich glaub, wir können auch wieder zum Boss, ne? Äh, ja. Ja, aber wie fett ist der denn? Ah, der ist schon wieder etwas stärker. Und warum ist der Kackhaufen da zensiert? Ähm. Äh. Warum ist der denn Kackhaufen zensiert? Gott, bitte gib mir Kraft. Okay. Ich habe dein Gebet erhört. Oh mein Gott, es ist ein echter Gott. Mhm. Warum, warum begehrst du Macht? Ich, ich will der beste Diosaurierjäger aller Zeiten werden. Gut gesagt, deine, dein Ehrgeiz ist, äh, bewundern. Ich gebe dir hiermit, mhm. Trost macht, nice. Okay, aber wir brauchen jetzt mal die nächste Ding. Ihr wisst, was ich meine, die nächsten Entwicklungen. Ja, komm. Zeig mal, Thor's Macht. Oha, yo. Ja, Thor's Macht ist schon stark. Oha, wir gehen auf die nächste Insel einfach. Geil. Nice, ein Geschütz haben wir. Können das hier natürlich auch upgraden. Und hier kann man natürlich auch was für Ausrüstung haben. Yo. Aber unser Geschütz macht jetzt nicht wirklich ordentlich Schaden, ne? Also. Also wirklich viel Schaden macht er jetzt nicht. Oha. Hey, das gibt's hier alles. Hier gibt's Belohnungen. Für den Mongo. Hey, warum sind wir jetzt wieder hier? Dann machen wir nochmal kurz den Kampf, Leute. Jetzt haben wir nochmal kurz den Fight geschafft. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ich würde mal, äh, ich glaub, diese Truhen waren das, ne? Konnte man sich Ausrüstung holen. Oh, wir haben eine umsonst bekommen. Ich kaufe mal 50 für mich einfach nur. Jetzt haben wir ordentliche Ausrüstung. Äh. Meine Tasche. Hier. Ausrüsten. Hier haben wir einen Helm. Hier haben wir leider nichts. Hier haben wir den Brustpanzer. Ja. Haben wir vielleicht eine bessere Waffe? Nee. Nein, warum hab ich meine Waffe jetzt abgelegt? Das wollte ich gar nicht. Wir rüsten sie wieder aus. Ähm. Wir rüsten die Schuhe aus. Okay, let's go. Ja, wir haben eine Ausrüstung, aber sehen jetzt noch immer nicht so krass aus. Wir machen jetzt aber definitiv mehr Schaden. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Juwelen. Oha, Leute. Oh mein Gott. Hier gibt's Juwelen. Oha. Ja, wir kriegen hier viel Gewinn. Das seh ich schon. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir gehen mal auf unser Geschütz und verbessern das ein bisschen. Das ist ja noch etwas zu schwach, ne? Wir machen das mal auf Level 25. Guck mal, macht das jetzt Damage? Ja. Aber ich mach noch nicht so viel. Ich würd das... Welches Level bin ich? Ich würd's mal auf Level... Das Geschütz würde ich mal auf Level 30 machen. Also... Okay, wir haben das Geschütz erstmal auf knackige Level 30. Verbessern bei uns mal. Wie viel kostet's jetzt beim Geschütz? Ja, ist viel billiger, ne? Let's go weiter. Drauf. Äh, was wollten wir kaufen? Wir wollten doch grad noch Rüstung kaufen, ne? Äh, Leute, wisst ihr was? Wir machen's einfach so. Ich mach den Ton, glaub ich, lieber komplett aus, oder? Einfach chillige Musik fügen wir hier jetzt mal kurz rein, okay? Ist etwas entspannter. Äh, die Quests holen wir hier natürlich auch ab. Genau, zu den Tonen wollte ich jetzt. Wir kaufen einmal 5 da. Boah, wir haben Tür 3. Und den Rest ballern wir einfach hier rein. Also, falls ihr nicht wisst, dieses Geschützturm-Teil-Truhe, also das ist für unser Geschütz. Und das hier ist für unseren Mensch, die Ausrüstungstruhe. Und ich würd erstmal für den Mensch, finde ich, ist jetzt wichtiger. Erstmal. Jetzt gehen wir aber mal auf unser Geschütz, denn wir haben hier neue Sachen freigeschaltet. Oha. Unser Geschütz sieht geiler aus. Und so ein Hut. Geil. Jetzt leveln wir es natürlich auch, sagen wir mal, auf, ja, 40. Das passt erstmal. Oh, der macht jetzt One-Hit. Nice. Jetzt brauchen wir unseren Menschen erstmal höher gelevelt, ne? Das ist jetzt erstmal Priorität. Nice, wir haben einen neuen Brustpanzer. Nehmen wir mal das hier. Und nee, es ist ein Cape. Okay. Und Handschuhe. Jetzt fehlt uns nur noch hier eine Art Hose, sag ich mal. Okay. Sehr interessant ist das hier. Ich würd für die nächste Folge... Äh, was haben wir hier im Postfach? Inhalt. Äh, ha. Ah, hier haben wir ja nochmal. Für die nächste Folge würde ich ein bisschen Werbung gucken, dass wir ein paar Edelsteine bekommen. Das konnte man ja hier machen, glaub ich. Äh, ja, genau. Da konnte man... Nein, oder? 1% kriegt man 1000 Edelsteine in 37%. Boah, das ist cool gemacht. Ja, also dann würd ich für die nächste Folge ein bisschen Werbung gucken für ein paar Edelsteine extra. Was ist das hier? Oha, geil. Also ich hab echt geil hier gemacht. Hier gibt's eine Rangliste. Verbinde. Nein, du wirst mir nicht sagen, dass man später so aussehen kann. Ist geil, Leute, oder? Auf meinem Server sehen die Besten so aus. Ist geil, Leute. Das wär schon nice, oder? Wenn wir auch so aussehen würden. Ähm. Äh, wir graden uns ab, ne? Wollten wir. Leute, ich glaube, wir können TV-Grain nochmal unser Geschütz bisschen ab. Oha, wir machen jetzt Gold. Äh, ich glaube, wir können, äh, Erforschung machen. Also, äh, wie ist das, was ich mein? Wo macht man das nochmal? Hier oben war's. Ja, genau. Wir können erforschen. Let's go. Wir erforschen. Äh, wir haben hier diese Pflanzensachen freigeschaltet. Interessant ist es hier, Leute. Äh, je weiter die Zivilisation voranschreitet, desto mehr Fortschritte, Ausrüstung kann ich herstellen. Okay, äh, Leute, ich glaube, ich würde die Folge tatsächlich noch 20 Minuten machen. Das Spiel macht schon echt Spaß. Äh, was wollte ich machen? Genau, unseren Bro hier. Ach, den können wir doch gar nicht verbessern. Also, unser Geschütz macht das One-Hit? Ja. Dann sollten wir uns upgraden, weil unser Geschütz jetzt stärker ist, wie wir da sehen. Mhm. Okay. Ähm. Zum Boss könnten wir auch gleich, aber ich würde erstmal kurz die Truhen machen. Wir können ja direkt alle benutzen. Wir brauchen so einen Brustpanz... Ja, wir haben das bekommen, was wir brauchten. Let's go. Gut. Gut, 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 gut. Wir haben wichtiges Zeug bekommen. Wir rüsten es kurz aus und dann machen wir den Boss. Sonst würden wir Full Equipment irgendwas. Ähm. Jetzt würde ich unser Geschütz ein bisschen upgraden. Also, wir rüsten das hier erstmal aus. Nice. Wir bräuchten halt eine Kanone hier nochmal. Und upgraden würde ich es jetzt auch nochmal. So. Und jetzt würde ich den Boss machen. Genau. Let's go. Kampf. Oha. Oh hey. Der war ja gar nichts. Äh. Könnten wir theoretisch direkt den nächsten Boss machen? Achso, wir müssen erstmal... Oh, wir haben 60 Edelsteine. Kaufen wir für uns. Oha. Wir haben Tür 2 bekommen. Seht ihr das? Diese T2. Die konnten wir davor zwar aufziehen, aber ich glaube, die waren seltener. Weil wir jetzt so eine Erforschung gemacht haben. Äh. Wir haben einen neuen Helm bekommen. Sehr interessant ist das. Und wir haben neue Füße bekommen. Wir können es verbessern. Auch interessant. Neue Waffe. Endlich haben wir mal eine neue Waffe bekommen, Leute. Jetzt haben wir einen Bogen. Geil. Was ist eigentlich unser nächstes Ding? Was ist das? Da er fand, dass Kleidung aus Unkraut nicht niedlich genug war, fertigte er eine neue Kleidung aus gelben, kühlten Federn an. Okay. Sehr interessant. Ist ja echt interessant hier, Leute, das Ganze. Das Game macht wirklich Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Äh. Kaufen wir mal hier nochmal was. Ah, schade. Oha, wie viel Geld haben wir denn? Machen wir mal Level 65. Wir werden uns jetzt nochmal ein bisschen mehr ab. Mit dem Restgeld. Äh. Die macht die Hyänen immer noch One-Hits. Aber wir machen die ja auch fast One-Hits. Ich glaube, wir können jetzt zum Boss, ne? Ha, Alter. Gar nichts ist der Boss, ne? Wir machen die easy, Alter. Direkt zum Boss wieder. Bitte schließt du zuerst das Tutorial ab. Wirklich jetzt? Wie nervig. Perücke. Alter, wie viele gibt es denn bitte? Holy shit. Okay. Hier kann man ja überall was abholen, ey. 30 Tage. Aha. Kostenlos erhalten, ne? Ey. Ja, geil, Leute. Wir wurden grad gescannt, ne? Ja, die sacken kostenlos. Und dann haben... Och, ey. Ne, 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 ne. Wir benutzen die. Die sacken kostenlos und dann kommt ne Werbung. Das ist schon frech, ne? Äh, was nehmen wir mit? Ne Flagge. Was ist denn hier bei Flagge? Wo ist Deutschland? Hier, Deutschland. Ja. Ähm. Okay. Wir haben diese Truhen hier. Können wir uns leisten. Wir haben 135 Edelsteine. Aber wir haben doch welche von denen. Die müssen wir kurz öffnen. Wir gehen mal auf alle benutzen. Okay, nichts Besonderes, glaub ich, oder? Haben wir was Neues? Ja, hier. Können's verbessern. Richtig, das holen wir uns auch ab. Äh. Verbessern uns ordentlich. Aber unser Geschütz dürfen wir auch nicht vergessen. Äh. Was ist das hier, OHA? Äh, Leute. Wir haben da noch ne Geschütztruhe bekommen. Aber wo ist die? Hier, die, äh. Ja, anscheinend doch nicht. Äh. Ja, okay. Wir gehen zum nächsten Boss. Äh. Also, Leute. Das ist doch echt easy. Aber ich würde sagen... Raid? Was ist das? Na, na, na. Danke. Aber ich würde sagen, Leute. Das war's auch für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Like und ein Abo da. Und viel Spaß in der nächsten Folge. Tschau, Leute. Tschau, Leute.